In dieser Episode zeigen wir euch die Lösungen für die Prüfungsaufgaben Industriemeister Metall, Basisqualifikation, Prüfungsfach NTG als Videokollektion. Alle Aufgaben werden im Detail vorgerechnet, Aufgaben werden vorab eingeblendet und können so eigenständig berechnet werden, so dass die Videos optimal als Lernhilfe eingesetzt werden können. Viel Spaß damit und gutes Gelingen!